Möhren, Zwiebeln, Lauch und Kartoffeln, all das braucht man für eine leckere Gemüsesuppe. Und wo bekommt man die Zutaten frischer her als auf dem Markt? Das haben nun auch die Kinder der Grundschule Tettens gelernt. Gemeinsam haben sie am Dienstag den Wochenmarkt in der Innenstadt von Jever besucht und für ein leckeres Menü eingekauft. Dafür haben sie jeder einen eigenen Einkaufszettel bekommen. Beim Einkauf half ihnen Daniela Hartwig gerne, denn die hat frisches Bio-Gemüse verkauft. Untertitelung des ZDF, 2020